Hallo und herzlich willkommen, frohes neues Jahr, Carsten Rachball hier zum ersten Webinar in 2021. Könnt ihr mir mal bitte kurz in den Questions oder in den Fragen beantworten, ob ihr mich hören könnt und den Bildschirm sehen könnt mit Azure Stack HCI Demo, Extravaganza und meinem Bild. Ja, alles in Ordnung, hervorragend. Versuche ich mal die Fragen hier rauszuziehen, damit ich die auch sehe. Danke für die vielen Antworten. Ja, das wird ein ganz heißer Ritt. Dieses Webinar war ja angekündigt, glaube ich, für den Oktober, vielleicht sogar für den September, nachdem Cosmos Darwin uns ja die neuen Features oder Azure Stack HCI 20 H2 vorgestellt hat. Dann ist ein kleines Webinar dazwischengekommen mit Ben Armstrong und Cosmos Darwin zu Azure Kubernetes Services auf Azure Stack HCI und danach habe ich das Webinar verschoben. Dann war der Azure Stack HCI Day und deswegen habe ich es aber nicht verschoben, sondern weil mir die Demos so viele Probleme machen. Es ist ein Work in Progress. Aber schauen wir mal, wie weit wir heute kommen. Hier sind ein paar Sachen dabei. Ich habe gerade eben noch Demos vorbereitet, weil natürlich, was ich vorbereitet habe, die letzten drei Tage nicht mehr funktioniert. Und schauen wir mal. Aber erst mal, lasst uns mal reingehen in das Webinar. Und zwar, zuerst möchte ich euch natürlich zeigen, das Anlegen eines Clusters, eines Azure Stack HCI Clusters mit Admin Center. Und das hat auch seine Herausforderungen. Bis vor kurzem musste man das 2009 verwenden, also Admin Center 2009, die Version aus dem Oktober, um damit Admin Center anzulegen. Und dann konnte man bestimmte Sachen im Preview von 2012 machen. Aber jetzt mit dem ganz neuen Preview von 2012 geht es dann jetzt auch. Das, was ich euch aber zeige, ist jetzt keine halbe Stunde, wie man mit dem Server Cluster, Cluster Creation Wizard, wie er genau heißt hier, wirklich einen Cluster einrichtet, sondern wir gucken uns ein zusammengerafftes Video an, was ich gemacht habe für die Experts Live Austria, die letzte Woche Freitag stattgefunden hat. Und lasst uns gleich mal reingehen. Das heißt, hier sind wir in einem Video. Ich bin hier auf einem virtuellen Cluster und gehe jetzt in den Cluster Creation Wizard, klicke da drauf und wir haben jetzt, ich stoppe mal kurz, wir haben jetzt die Möglichkeit, sowohl einen normalen Windows Server Cluster anzulegen, wie einen Azure Stack HCI Cluster, was mich ein bisschen entsetzt in 2009. Ich weiß nicht, ob es in 2012, in dem Admin Center 2012 jetzt auch noch so ist. Ich habe es noch nicht probiert, weil ich habe das erst vorgestern runtergeladen, dass wenn ihr Windows Server installiert, ihr Storage Spaces direkt nicht mit einrichten könnt, was mit dem Azure Stack HCI geht. Das heißt, da muss man Storage Spaces direkt dann nochmal später aktivieren. Lassen wir mal das weiterlaufen. Das heißt, ich wähle hier Azure Stack HCI und kann jetzt auswählen, ob wir einen Cluster installieren wollen, der zusammensteht oder einen Stretch Cluster. Und Stretch Cluster war nicht möglich, bis ich habe es heute Morgen zum ersten Mal geschafft, mit Admin Center einen Stretch Cluster einzurichten. So, das gucken wir uns dann nachher das Ergebnis an. So, ich gehe dann hier auf Next. Wir müssen hier natürlich uns authentifizieren mit einem Domain Admin Account. Ich ergänze ihm hier mal die vier Server. Die werden jetzt hier gesucht und validiert. Und ihr seht, es sind virtuelle Maschinen. Jetzt klicke ich das mal weg. Er sagt, okay, die sind alle in der Domäne. Also wir könnten die auch in die Domäne joinen. Das mache ich nicht. Jetzt werden die Features installiert und in virtuellen Maschinen Azure Stack HCI, das Betriebssystem, muss man schon Hyper-V drauf haben, weil der Wizard kriegt es nicht installiert. Das heißt, deswegen habe ich das hier schon mit draufgepackt. Jetzt schaut er nach, wie der Update-Stand ist. Und hier müssen Updates installiert werden. Das kann man hier machen. Ich sage mal, dieser Assistent, dieser Teil des Assistenten dauert nur eine gewisse Weile. Und wenn ich hier zum Beispiel ein kumulatives Update habe für Azure Stack HCI, was ja auch die immer die neuen Versionen bei Azure Stack HCI 20 H2 kommen über die Update-Services, ganz normal über kumulative Updates. Und die dauern ein bisschen länger, so wie die kumulativen Updates für Windows Server. Das heißt, hier wird der Wizard ein Timeout laufen und er wird sagen, dass er weiter installiert. Das heißt, das passiert jetzt hier mit dieser Anti-Malware natürlich nicht. Jetzt gehen wir mal weiter. Und es ist auch letzten Dienstag auch ein Update wiederum für Azure Stack HCI rausgekommen. So, jetzt kann man die Server neu starten. Das mache ich hier auch. Auch natürlich wieder im 10-facher Zeitraffer. Also, nach der Software-Installation, nach den Updates und dann käme noch ein Solution-Update. Also, wenn ihr eine Version habt von einem Hersteller, der Solutions herstellt, der würde dann auch die Treiber, die Firmware der Systeme auch updaten in dieser Solution. Dieser Schritt kam hier auch. Den habe ich übersprungen, weil für die virtuellen Maschinen gibt es keine Solution. Aber es gibt schon einige Hersteller, meines Wissens Lenovo, Dell, auf jeden Fall andere, bin ich mir noch nicht sicher, die Solutions anbieten. Und da ist dann auch eine Integration im Admin Center da, dass man natürlich auch das BIOS oder das UEFI, die OFI-Firmware updatet, die freigegebenen Treiber und Firmwaren für die Hardware und so weiter. So, hier sind wir jetzt im Netzwerk-Teil. Das heißt, wir haben den Get-Started-Teil dieses Assistenten verlassen und gehen jetzt in den Netzwerk-Teil. Ich habe hier ein Design mit fünf Netzwerkkarten, also einmal Management, zweimal SMB, das sehen wir jetzt, und zweimal virtuelle Switch. Und deswegen kann ich hier auch nur einen Management-Adapter einrichten. Und wir müssen einen Management-Adapter, einen separaten haben für Admin Center oder halt ein Team sozusagen, damit Admin Center mit den Hosts kommunizieren kann. Wir können also nicht dieses Fully-Converged-Design bauen, wo wir alles über zwei Netzwerkkarten machen. Das kann Admin Center momentan nicht, zumindest bisher nicht. Jetzt müssen wir mal gucken, wie es so weitergeht. So, ich muss jetzt hier alle Adapter mit IP-Adressen versehen, damit er testen kann, ob jeder Adapter mit jedem anderen sprechen kann. Auch das ist Zeitraffer, also so schnell tippe ich dann wieder auch nicht, allerdings nur vierfach. Jetzt kann man hier noch die Jumbo-Frames einstellen und jetzt apply ich die IP-Adressen auf die Adapter und er testet die Kommunikation. Das ist im neuen 2012 anders. Da geht das übrigens bei mir, der spätere Punkt, die Switch-Creation geht in die Hose, macht aber nichts, man kann weitermachen. Und das hat dann trotzdem funktioniert. So, hier mache ich mal kurz Stopp. Das ist wichtig. Jetzt sind wir an dem Punkt, Azure Stack HCI ist ja immer ein Hyper-Converged-Design. Das heißt, wir haben immer Hyper-V mit auf den Knoten und wir brauchen natürlich für Hyper-V auch immer eine virtuelle Switch. So, das heißt, wir müssen jetzt aussuchen, welche Adapter zu virtuellen Switch gebaut werden. Und Microsoft hat hier verschiedene Szenarien vorgesehen. Es gibt einmal das Szenario, quasi das Fully-Converged, alle Adapter, die jetzt außer dem Management-Adapter oder Team-Management-Adapter, kommen in eine virtuelle Switch und wir packen an diese virtuelle Switch, eine Set-Switch natürlich, unsere VMs und auch unseren Storage. Ja, oder wir haben eine Hyper-V-Switch oder eine Set-Switch nur an zwei Adaptern hier und zwei separate Adapter benutzen wir direkt für unseren Storage-Traffic, unseren Interconnect oder ich sage auch gerne Ost-West-Traffic zwischen den Knoten. Oder wir machen eine virtuelle Switch für unsere VMs und eine virtuelle Switch für unseren SMB-Traffic. Also das heißt, wir nehmen hier zwei SMB-Adapter, packen eine virtuelle Switch dran, um dann virtuelle SMB-Adapter zu machen. Und ihr wisst ja, ich bin kein Microsoft-Marketing, deswegen sage ich mal, hier sehe ich den Sinn nicht drin, dass man anstatt die Adapter direkt zu benutzen, eine virtuelle Switch baut für die SMB-Adapter. Das heißt, wir kriegen hier ein Riesenstück Software on top zu den Netzwerk-Adaptern, wo dann virtuelle Adapter mit RDMA und so weiter kreiert werden. Und da fehlt mir so ein bisschen das Verständnis für dieses Szenario. Das heißt, mein bevorzugtes Szenario ist mit separaten Hardware-Adaptern, ja und ich weiß, VMN kann nur sowas einrichten, aber wir sind hier nun mal im Admin-Center und nicht im Virtual Machine-Manager. Von diesem Szenario, da halte ich auch nicht so besonders viel, weil hier muss man etliche Dinge machen, um den Traffic dann auf die richtigen Adapter zu setzen. Sonst hat man Kraut und Rüben und eine Menge Traffic auf den Interconnects der Switch. Ich mache jetzt mal einfach hier weiter, weil wir haben ein straffes Programm für die Stunde. Das heißt, ich wähle jetzt hier die beiden Adapter auf jedem Server aus, die hier schon mit dem Namen VM-Switch-NIC1-NIC2 gekennzeichnet sind und kann jetzt hier unten noch zum Beispiel der Switch einen anderen Namen geben. Ich kann das Load-Balancing verändern, Hyper-V-Port ist aber das Richtige, auch für 2016 übrigens, nicht Dynamic. So und jetzt geht er hin und richtet die Switch rein ein. Das geht hier auch relativ schnell mit 20.09 und jetzt springen wir in den nächsten Teilbereich der Cluster-Installation. Das heißt, er fragt jetzt, ob wir den Cluster validieren wollen. Jetzt gehen wir mit der Maus hoch, ja, wir gehen auf Validate. Übrigens, die Zeiten, die ihr hier unten seht, die stimmen nicht ganz. Ich habe das parallel auf zwei Systemen gemacht, um ein komplettes Video zu kriegen und habe dann natürlich ein bisschen gepennt, um hier immer beim nächsten Next, Next, Next quasi direkt am System zu sein. Also nicht auf die Zeit achten. So, jetzt haben wir die Validierung gemacht. Wir können uns jetzt den Validierungs-Report downloaden. Das ist übrigens nur die Cluster-Validierung. Also hier ist der Storage-Bases-Direct-Teil nicht dabei. Dann öffnen wir uns mal und wir sehen hier einen erfolgreichen Validierungs-Report. Die kann natürlich mal was mit den Sicherheits-Updates sein oder so, dass die nicht gleich sind. Sollte eigentlich nicht so sein, aber könnte schon mal vorkommen. So, jetzt unsere Validierung ist in Ordnung. Wir können im nächsten Schritt gehen und wir kreieren unser Cluster. Das heißt, wir brauchen einen Cluster-Namen, wie sonst auch üblich. Wir können jetzt sagen, wir wollen nicht den Cluster-Namen mit DHCP-Adressen, sondern ich mag lieber eine feste IP-Adresse auf dem Cluster. Die vergebe ich hier. Füge die hinzu und sage jetzt Create Cluster. Auch das wird etwas beschleunigt. Übrigens, wenn ihr Fragen habt, ich sehe gerade, Andy hat eine Frage, war hier SR-IOV aktiviert? Das ist kein Hardware-Cluster, das ist ein reiner virtueller Cluster, den ich euch hier zeige. Mit Hardware geht das alles nicht ganz so schnell, aber gute Frage, ob der Wizard SR-IOV einschaltet. Ich glaube ja, bin mir aber nicht ganz sicher. So, hier ist jetzt, jetzt habe ich das Video weiterlaufen lassen, während ich deine Frage beantwortet habe. Gehen wir nochmal ein kleines Stück zurück. Nachdem der Cluster erstellt wurde, das war hier, kommen wir, also hier ist er fertig und jetzt gehen wir in den Storage-Teil. Jetzt kommt Storage Spaces direkt und er bietet uns an, erstmal die Laufwerke zu löschen. Das solltet ihr tun. Ich tue es hier nicht, weil ich habe hier ein zusätzliches Laufwerk attached mit zusätzlichen Daten und ich möchte nicht, dass er mir das löscht. Deswegen seht ihr, wir haben einen Knoten mit 16 Discs, hier mit einer 40 Gigabyte Discs, das ist dieses zusätzliche Laufwerk. Jetzt machen wir die Validierung, die ist auch wieder erfolgreich. Da können wir auch wieder einen Download, unseren Report downloaden. Und auch da alles Paletti, wir sehen die ganzen Discs natürlich. Hier würdet ihr natürlich dann richtige Discs sehen und nicht alles Virtual Hard Discs. So, jetzt enablen wir Storage Spaces direkt. Und das dauert auch ein Momentchen und dann können wir hier bei 20.09 in das SDN gehen. Als ich heute Morgen den Stretch Cluster eingerichtet habe, ging kein SDN. Klar, Stretch Cluster unterstützt kein SDN. Sonst würde hier natürlich nochmal SDN kommen, das habe ich ja aus dem Video rausgenommen. Ich habe auch schon mal erfolgreich SDN eingerichtet. Dazu muss man aber ein Azure Stack HCI, VRDX, ein sysgeprepptes Image bereitstellen für den Network Controller, den er mit ausrollen soll. Und das ist ein bisschen hakelig. So, jetzt gucken wir hier. Er nimmt den Cluster automatisch hier auf in Admin Center und wir gucken jetzt nochmal kurz ins Dashboard. Dauert einen ganz kleinen Moment. Und dann sehen wir unseren Cluster hier entsprechend eingerichtet mit den Drives und allem, was wir brauchen. Okay, das war die erste Demo. Die Installation oder das Einrichten eines Storage Spaces Direct Clusters. Wenn es hierzu Fragen gibt, dann wäre das jetzt der richtige Punkt. Wenn nicht, gehen wir in das nächste Feature hinein. Das heißt, der Cluster Creation Wizard ist jetzt eigentlich kein neues Feature für Azure Stack HCI. Das kann Admin Center, könnte es zumindest auch mit Storage Spaces direkt auf Windows Server 2019. Momentan habe ich das Gefühl, sie haben das so ein bisschen rausgenommen. Nur, es ist hier schon schön integriert und funktioniert jetzt immer besser. Sagen wir es mal einfach so. Wenn ihr euch mit dem Netzwerkdesign anfreunden könnt, einen separaten Management Adapter haben zu müssen, um kein Fully Converged Design machen zu wollen oder einen virtuellen Management Adapter an der Hyper-V-Switch. Man kann ja trotzdem separate SM-Adapter haben. Dann könnt ihr das hier mit machen und man muss wirklich gucken, Andi, ob er wirklich dann SRIOV mit einschaltet. SRIOV solltet ihr eingeschaltet haben beim Kreieren der Switch, wenn ihr später mal RDMA in den VMs verwenden möchtet. Also mit SRIOV eingeschaltet kann man die RDMA-Fähigkeit der Netzwerkkarten, an der die virtuelle Switch hängt, in die VMs rein reichen und da nutzen. Es gibt ja immer mehr Protokolle, die RDMA unterstützen. Natürlich SMB3. Es ist aber mittlerweile auch ISER möglich, also ISCASI mit RDMA. NWMI over Fabric gibt es eine Rocky-Implementierung. Also da kann man auch einiges machen. So, dann haben wir das Faster Repair, also in Azure Stack HCI. Und das spielt jetzt eigentlich bei einem Zwei-Knoten-Design nicht wirklich eine große Rolle, wenn ihr nicht gerade Zwei-Knoten mit 400 Terabyte habt und vielleicht mit Nested Resiliency, mit einem Mirror Accelerated Parity Volume arbeitet. Für die, die nicht wissen, was das ist, guckt euch mal meine früheren Webinare an. Wenn wir natürlich aber einen größeren S2D, eine größere Installation haben mit vielen Devices und ihr nutzt einen Parity-Teil. Manche Kunden benutzen ja sogar Double Parity rein Double Parity, nicht mal mit als Mirror Accelerated Parity, sondern rein Double Parity. Und wenn wir da zum Beispiel viele Knoten haben, sagen wir mal sieben, acht Knoten, dann hat ja die Double Parity auch eine höhere Effizienz. Also ab sieben Knoten hat man nicht mehr 50 Prozent Nutzkapazität im Double Parity-Teil, sondern 66. Und das kommt aber auch mit einem Impact daher, dass wir länger brauchen für den Repair. Also ich habe schon Repairs gesehen, die über Stunden laufen von den Volumes, gerade wenn da einige Daten bewegt werden. Und das liegt daran, dass Microsoft mit Extents arbeitet. Extents ist die Verwaltungslogik im Storage Spaces direkt, wie die Daten im Storage Spaces direkt verteilt werden. Und diese Extents sind mindestens 256 Megabyte groß. Bei sehr großen Installationen können die sogar ein Gigabyte werden. Und Microsoft denkt darüber nach, sogar bei einer zukünftigen Implementierung, um noch größere Systeme zu unterstützen, sogar über vier Gigabyte Extents. So in Storage Spaces Direct in 2016 und 2019, wenn so ein Extent, sagen wir mal, ihr patcht eure Systeme durch, dann kommt es ja zu einem Zeitpunkt, wo ihr, also wenn ihr euren Storage Spaces Direct Cluster patcht, dann kommt es zu einem Zeitpunkt, wo ihr natürlich einen Host rebootet. Und wenn dieser Host rebootet wird, dann ist zu diesem Zeitpunkt, können die Daten nicht auf die Platten in diesem, oder auf die Storage Device in diesem Host kopiert werden. Das heißt, er muss sich merken, da ist ein Extent, der gehört auf diesen Server drauf, den kann ich aber nicht drauf kopieren, weil ich die Device nicht erreiche. Also wird der Extent als Dirty markiert. Die ganzen 256 Megabyte werden als Dirty markiert. Und sobald der Server wieder da ist, müssen diese 256 Megabyte von einem anderen System über die Ost-West-Netzwerkverbindung auf das System drauf kopiert werden. So, und das Fast Repair in Azure Stack HCI, da gibt es ein Sub-Extent Repair. Das heißt, hier werden kleinere Bereiche als die 256 Megabyte kopiert. Sagen wir mal 4 Megabyte. Ich weiß nicht, wie groß die Zahl ist, ist jetzt einfach eine Schätzung. Sagen wir mal 4 Megabyte. Nur 4 Megabyte kann man natürlich schneller reparieren als 256. Stellt euch vor, eine VM schreibt einen 4K-Block. Dieser 4K-Block muss auf die Extents. Wir haben einen 3W-Gespiegel, der wird in zwei Extents auf laufenden Systemen abgedatet. Auf dem dritten System geht es nicht, weil es gerade gebootet wird. Also wird dieser Extent auf dem dritten System komplett als Dirty markiert. 256 Megabyte. Bei Azure Stack HCI wird ein Sub-Bereich markiert. So, auch dazu habe ich ein Video gemacht, weil ich mal einfach zeigen wollte. Ich hatte das Gefühl schon beim Rumspielen mit Azure Stack HCI, dass es schneller ist. Aber ich wollte es auch wirklich mal zeigen, weil Microsoft hat da ein paar schöne Folien vor. Die sind aber schon etwas älter. Die habe ich jetzt hier rausgelassen. Also habe ich ein Video gemacht. Und zwar habe ich mir ein 4K-Knoten Storage-Bases-Direct-System aufgesetzt. Das ist mit einer VM-Fleet drin, mit 12 VM-Fleet-VMs. VM-Fleet ist eigentlich ein Performance- oder ein Messtool für Storage-Bases-Direct. Man kann das aber auch zum Beispiel benutzen, um eine gewisse Grundlast zu erzeugen. Das habe ich hier getan. Hier werden 300 IOs pro Sekunde von jeder VM kreiert. Und zwar 8K-IOs, 70% Read, 70% Write. Das sieht man hier unten so ein bisschen in dem Watch-Cluster. Das heißt, wir haben jetzt hier 8000 IOs. Wir sehen hier so 1800 pro System. Hier ist ein Ausreißer dabei. Und das sieht man hier. Das sind also dann diese 4 VMs mal 300. Müssten eigentlich 1200 sein oder sind es sogar mehr VMs. 6 habe ich hier. Seht ihr? 6 VMs. Entschuldigung. 6 VMs macht 1800. 6 mal 300 macht 1800. Und ich habe mir hier jetzt ein Skript gestartet, wo ich mir dauernd anzeigen lasse, die Virtual Discs, die Volumes, die hier heile sind. Alles super. Und die Storage Jobs, die laufen. Da jetzt aber keine Storage Jobs laufen, sehen wir immer nur die Virtual Discs. Das ist eine Endlosschleife. Die gibt das alle paar Sekunden aus. Wenn ich jetzt hier draufklicke, was mache ich als nächstes? Ich starte die Uhr und dann jetzt. Und dann schalte ich einfach einen der Knoten aus und schalte den wieder an. Ihr seht also, die VMs sind anmonitorend. Wir sehen hier unten den Ping. Der ist wieder da. Wir sehen, dass dieser eine Knoten hier keinen I.O. hat. Und wir sehen hier die Storage Jobs, die schon da sind. Ich mache mal kurz Halt. Wir sehen hier, dass wir die Volumes degraded sind, also nicht komplett. Wir sehen, dass er sofort Storage Jobs hat, die er anstupst. Der Host ist übrigens wieder da. Wir sehen gerade hier, dass die VMs gestartet werden. Und hier sehen wir den Watch Cluster, wie er hier anzeigt, wie viele I.O.s noch gemacht werden. Also die VMs laufen weiter. Das hat nicht so einen Impact. Die werden auch so um die 1.800 I.O.s hier machen. So, und ich gehe jetzt gleich in den Cluster und schiebe die VMs wieder rüber auf ihren ursprünglichen Host, weil das macht er nicht automatisch. So, das ist jetzt hier passiert. Und ich nehme das Volume auch rüber. Wir haben ein bisschen Zeit, weil der Reparaturvorgang läuft erst bei 5 Minuten etwas an. Das heißt, ihr seht jetzt wieder, wir haben hier unsere VM-Feed, die gleichmäßig Daten generiert. Und hier sind unsere Storage Jobs. Und gleich, wenn die starten, werde ich natürlich in Echtzeit gehen. Das heißt, das Vorspulen hier, das ist siebenfache Beschleunigung, werde ich dann natürlich auch stoppen. So, jetzt sind wir bei Echtzeit. Wir sehen da oben, da laufen jetzt die Repair Jobs. Die laufen an. Wir haben hier ein relativ kleines, überschaubares Szenario. Das sind die Bytes, die er reparieren muss. Die sind jetzt nicht so wahnsinnig groß. Aber das dauert jetzt hier. Ihr seht also, wir sind jetzt, zwei Volumes sind okay. Ein kleines Volume und das Volume, was weg war, das wird zuerst repariert. Dann sind wir hier bei einem Volume bei 75%. Das Note 2 Volume, das ist jetzt bei 79%. Das wird dann jetzt bei 82%. Also ihr seht, geht so voran, 86%. Und wir gucken uns gleich an, wie sieht denn das aus bei Azure Stack HCI. Gleich im zweiten Durchgang. Aber erst wollen wir hier die Zeit gucken. So, ich gehe jetzt hier mal auf die Uhr, aber wir sind fast fertig. Wir haben nur noch, es sind natürlich schneller, wenn wir weniger Volumes reparieren müssen. Jetzt 55%, 62%, das letzte Volume ist fast fertig. 68%, 68%, ich habe das zweimal gemacht, um auch zu bestätigen, dass wir hier kein Problem hatten. 77%, also ich zeige euch das nicht zweimal, aber nicht, dass wir hier einen Ausreißer hatten. So 93% und jetzt sind wir fast fertig. Eins noch, jetzt sind wir fertig. Also 6 Minuten 51 hatten wir hier. Und jetzt gucken wir uns den zweiten Teil an. Das ist jetzt Azure Stack HCI. Gleiche, Knoten ausschalten, Knoten starten. Genau das gleiche wie vorher. Was sagt die Uhr? Oh, wir sind schon relativ weit. Ich spule mal etwas vor. Auch hier so bis 5 Minuten. Also auch hier sind wir irgendwo. Jetzt gleich fängt es an. Jetzt wird es langsam. Wir sehen das erste Volume. Jetzt gleich ins Service. Das erste Volume ist übrigens schnell repariert. Das macht er schon, während das System hochkommt. Und jetzt repariert er und ihr braucht hier nicht so lange zu warten. Es geht um einiges schneller, weil einfach weniger Daten auch, obwohl es hier nach mehr Daten aussieht, ist er wesentlich schneller. So, ich gehe schon mal hier vorsorglich auf den Lab, weil wir sind bei dem einen bei 97%, bei dem anderen bei 72%. Das andere ist fertig, 79%, 89%, 93%, 99%, jetzt lässt es sich wirklich Zeit und wir sind fertig. Also bei 6 Minuten 6 gegenüber 6 Minuten 51. Und wir müssen natürlich immer noch bedenken, das fängt erst bei 5 Minuten bis an. Normalerweise hätte ich hier noch eine Folie. Die habe ich aber dummerweise rausgelassen, wo ich die Zeiten noch vergleiche. Also der eigentliche Repair-Vorgang auf dem einen System eine Minute, auf dem anderen System 90, 95 Sekunden. Okay, das war das Fast Repair. Das sind natürlich sehr lange Vorgänge. Deswegen habe ich hier Videos gemacht. Ab jetzt gehen wir dann in die Live-Demos. Und da wird es dann knusprig, weil die Live-Demos laufen nicht unbedingt so smooth wie jetzt natürlich ein Video, was man 5 Mal gemacht hat. Also seid gespannt. Es geht garantiert was in die Hose. So, dann ist natürlich Azure Stack HCI eine Bedingung für Azure Stack HCI. Es ist ja ein neues Lizenzmodell, ist die Integration, die Registrierung eures Azure Stack HCI Clusters in Azure. Weil Azure Stack HCI wird corebasiert pro Monat über eine Azure Subscription abgerechnet und zwar 10 Dollar pro Core pro Monat. Habt ihr also zwei 16 Core-Systeme, zwei Knoten-Cluster mit zweimal 16 Cores, dann sind das 32 Cores in den zwei Knoten. Dann kostet euch Azure Stack HCI pro Monat 320 Dollar. Da sind natürlich, um jetzt halt ein bisschen Vor- und Nachteile noch kurz darzustellen, der Vorteil ist, Azure Stack HCI ist die Subscription. Das heißt, ihr habt immer Anspruch auf die neueste Version. Das heißt, wenn, sagen wir mal, zur Ignite nächsten Jahres, zur zweiten Ignite nächsten Jahres, dann eine neue Version rauskommt, könnt ihr die installieren. Und hier ist die Krux, ihr müsst die auch in einem gewissen Rahmen installieren, weil nicht auf fünf Jahre gesehen fünf verschiedene Versionen supportet werden. So, das ist der Vorteil. In diesem Preis ist die Subscription mit drin, also immer die aktuelle Software, die neuesten Versionen. Der Nachteil ist, es sind keine Windows VMs mit enthalten, wie wir das bei Storage Spaces Direct 2019 zum Beispiel haben. Da müssen wir ja die Datacenter-Lizenz auf den Hosts installieren und die Datacenter-Lizenz hat dann Windows Server VMs mit lizenziert. Weißt du, wie die virtuellen Azure Stack HCI Hosts abgerechnet werden? Ich denke an eine permanente Demo-Umgebung. Olaf, da werde ich dich leider enttäuschen müssen. Die werden genauso abgerechnet wie die physischen. Das heißt, das ist mein momentaner Kenntnisstand. Auch ich habe das Problem, meine ganzen Azure Stack HCI-Systeme. Ich habe ja einige S2D-Systeme, weil ich auch Schulungen und so weiter mache, wie ihr wisst. Auch ich muss die voll bezahlen. Es gibt also keinerlei, wie sagt man, Eval-Version. Das Einzige, was Microsoft hat, ist, die ersten 30 Tage werden nicht abgerechnet. Also eine permanente Demo-Umgebung kannst du knicken, aber für 30 Tage kannst du eine aufsetzen. Und wir sind dran, das Microsoft darzustellen, weil die ganzen Enthusiasten, die damit rumspielen wollen, das kennenlernen wollen, da kommen natürlich relativ schnell große Kosten zusammen. Selbst wenn man so einen Azure Pass hat oder so einen 150-Dollar-Azure-Account, kommt man da nicht besonders weit mit. Jetzt habe ich als MVP noch den Vorteil, dass wir eine großzügige Azure Subscription haben, die Data Center, Cloud- und Data Center Management MVPs und die Azure MVPs. Ich bin ja beides, kriege trotzdem nur einmal die Subscription. Aber auch da, die ist bei so einem 4-Knoten-Cluster mit 2x10-Cores, also 80-Cores, ist die relativ schnell weg. Dann kann man nicht viel anderes machen. Also momentan ist es so, es wird in Azure registriert. Erster Monat kostet es nichts, ab da läuft die Uhr. Und jetzt kommt das Blöde, ihr müsst den Cluster in Azure registrieren, sonst könnt ihr nichts damit machen. Das heißt, der Cluster, VMs in den Cluster nehmen, kann man zum Beispiel nicht, wenn der nicht registriert ist. Und das machen wir jetzt als nächstes. Und das machen wir live. Wir machen eine Registrierung in Demo-Stretch-Cluster, habe ich doch gerade schon gezeigt. Okay, da habe ich einen Fehler in der Folie. Das heißt, wir gehen mal hier raus. Ich gehe mal, das Fast Repair hatten wir doch schon. Ach, das ist mein Stretch-Cluster, der da kommt. Okay, Fast Repair. Jetzt muss ich kurz gucken, auf welchem System, nee, Azure Stack HCI Registrierung. Okay, das heißt, das wollte ich auf diesem hier machen. Jetzt muss ich mich selber nochmal kurz zurechtfinden, weil ich habe natürlich wieder einen Haufen Zeug hier. So, ich habe hier, wo sehen wir den Hyper-V-Manager? Ich habe hier wiederum vier Azure Stack HCI Knoten deployed, auch wenn die S2D1 Note 1, 2, 3, 4 heißen. Mein Skript benennt die nicht um. Deswegen heißen die so zusätzlich, habe ich eine Windows-Admin-Center-Maschine als Server und ein Windows-10-Client. So, das ist der Windows-10-Client, das ist ein Windows-Admin-Center-Server im Gateway-Modus. Hier sind wir auf dem Host, auf einem der Hosts. Jetzt gucken wir erstmal nochmal hier rein. Hier habe ich eine Maschine hin kopiert. Sehr schön. Wir gehen hier in Admin-Center, gehen wir in den S2D-Cluster. Ist das mein Stretched? Ja, das ist mein Stretched-Cluster, den ich heute Morgen durchinstalliert habe. Das kann man sehen, da kommen wir in der nächsten Demo dann zu. Das kann man dann sehen unter den Volumes. Jetzt lad mal bitte, mein lieber Freund. Und wir sehen, der ist nicht registriert. Bisher, ich habe es jetzt nicht nochmal probiert, hier mit dem neuesten 2012-Preview von Windows-Admin-Center, funktionierte zumindest für mich die Registrierung über die GUI nicht. Das heißt, das muss man per PowerShell machen. Und hier ist unser Cluster mit den auch wiederum vier Knoten. Sehen wir hier vier Knoten. Wir haben keine VMS da drin. Wir haben 60 Drives. Wir haben acht Volumes. Da sind schon einige Volumes reingerichtet. Wie gesagt, wir werden uns gleich ein Stretched-Cluster angucken. Das ist ein Stretched-Cluster. Aber den möchte ich jetzt erstmal in Azure registrieren. So, und auf den Knoten selber gibt es ein Get Azure Stack HCI PowerShell-Modul. Und wenn ich, oder ein Commandlet, wenn ich das aufrufe, seht ihr, der Cluster ist nicht registriert. Das heißt, ich muss jetzt hier ein PowerShell-Modul installieren. Man kann das natürlich auch remote machen von einem anderen System. Aber ich kann jetzt hier auch sagen, install module. Das heißt, az-stack-aci. Gucken wir mal, ob ihr das macht hier auf dem Knoten. Das dauert natürlich ein Momentchen. Das heißt, wir machen jetzt Folgendes, um euch nicht zu sehr auf die Folter zu spannen. Hier, jetzt müssen wir erst den New-Get-Provider updaten. Hier, yes natürlich. Yes. Schauen wir hier mal parallel schon mal in die nächste Demo rein. Das heißt, wir haben hier unter Volumes. Seht ihr, das ist ein Stretched-Cluster. Und das heißt, wenn wir hier auf die Server gehen, müssten wir das auch sehen. Wenn ich hier nochmal Yes tippe, wir müssen ein bisschen Zeit sparen. Wenn ich hier auf Inventory gehe, müssten wir sehen, genau, wir haben hier zwei Knoten in dem Data Center 1, HLB Data Center 1. HLB steht natürlich für Hallenberg. Und in HLB 2 auch ein Data Center. Hier haben wir zwei Knoten und hier haben wir zwei Knoten. Das ist eingerichtet. So, jetzt haben wir hier das Modul installiert. Wir gehen zurück zur Registrierung des Azure Stacks. Ich sage mal, get command minus module und azstack.aci. Mal gucken, was wir da für Commandes drin haben. Das sind drei Stück. Register, Azure Stack HCI ist unser Freund. Register und jetzt wiederum azstack. Also man ist da ganz konsistent. Und jetzt haben wir hier etliche Sachen, die wir machen müssen. Wir müssen ihm also jetzt die Subscription ID mitgeben. Dazu wechsle ich mal in mein, dazu wechsle ich mal in mein, ja, machen wir es hier. Hier in Azure Portal Azure.com. Jetzt ist live. Das ist ein bisschen ruckeliger als mit den Videos. Aber ich habe leider keine Videos mehr geschafft. So, ich habe hier eine Subscription, die heißt, eine Subscription, eine Ressource Gruppe, die heißt RG Azure Stack HCI. Ich habe hier mehrere Subscriptions. Das ist dann der Vorteil als MVP. Hier haben wir jetzt mal eine Azure Free Trial. Das hat sich irgendwie über die Jahre angesammelt. Jetzt gehen wir mal hier rein und dann holen wir uns die Subscription ID da raus. Hier ist die Subscription Copy, weil die brauchen wir hier in diese Subscription. Also nochmal Copy. Dann brauchen wir noch die Region. Da können wir jetzt zum Beispiel, wenn wir das unbedingt nach West-Europe haben wollen, können wir das hier angeben. Resource Name, Resource Group Name wäre jetzt RG Azure Stack HCI. Und dann gibt es noch Computer Name und dann nehmen wir den Cluster S2D1 Cluster. Dann gucken wir mal, ob das gut geht. Ich hoffe das sehr stark. Und gucken nochmal hier uns einen anderen registrierten Cluster an. Wir hatten ja in dieser Gruppe, hatten wir einen, nämlich diesen S2D4 Cluster. Bewertet das Portal mal nicht. So, momentan ist es noch überschaubar, was in Azure angeboten wird zum Azure Stack HCI, wenn der registriert ist. Also ihr seht hier, wir sehen unsere vier Knoten. Die haben 64 Gigabyte RAM. Die haben drei Cores. Die Cores scheinen bei virtuellen Maschinen anders gezählt zu werden. Das ist vielleicht für den Urlaub interessant, weil eigentlich hat jeder von den Knoten, ich glaube, vier oder noch mehr Cores. Hier stehen jetzt nur drei drin. Also wir können das ja mal kurz nachgucken. Dieser Cluster läuft hier. Hier. Nein. Ne, der läuft nicht mehr. Den habe ich gelöscht aus einem anderen Grund. Okay. Das sehen wir natürlich dann gleich, wenn er uns das registriert hier. Ich meine, es wären vier oder acht Cores gewesen, virtuelle Cores, die hier zugeordnet werden. Erzählt bei virtuellen Maschinen irgendwie ein bisschen anders. Vielleicht haben wir hier eine kleine Sparmöglichkeit. Okay. So. Sonst gibt es hier nicht viel. Es sei denn, wir nehmen den Cluster in das Azure Arc hinein. Dann können wir natürlich die Logs auswerten, also installieren, Monitoring, einen Monitoring Workplace, heißt es, glaube ich, und so weiter. Dann können wir hier ein bisschen mehr machen. Es hat die Uhr 38. So, hier, das dauert noch einen Moment. Hier kommen wir gleich wiederum hin, kommen wir hier hin zurück und wir gehen jetzt in das nächste Szenario, weil das auf der Maschine auch dann weitergemacht wird. Und zwar ein Stretch Cluster. Das ist ein Thema, was gerade wir Deutschen lieben oder deutschsprachigen. Ein guter Freund von mir, den einige kennen, der war früher bei der Firma NetApp und es gab das Gerücht, dass ein hoher Prozentanteil, weit über 75 Prozent der Metro Cluster von NetApp im deutschsprachigen Raum standen. Also ein sehr hoher Prozentanteil. Das heißt, wir lieben es, unsere Daten über zwei Brandabschnitte oder zwei Datacenter zu stretchen. Und das ist ein Thema, was ja angekündigt wurde mit Windows Server 2016, mit Storage Spaces Direct, mit der ersten Version, sollte der Stretch Cluster funktionieren. War auch bis dahin, auch in den Vorversionen, in den TP-Versionen war es drin. Man hat die Feature dafür gebaut, alles Paletti. Nur, dann hat sich herausgestellt, der Health Service kommt damit nicht zurecht in 2016. Man hat dann versprochen auf der Ignite 2016, dass man das kurzfristig nachliefert. Daraus ist nichts geworden. Auch in 2019, Storage Spaces Direct in 2019, ist kein Stretch Cluster vorhanden. Jetzt mit Azure Stack HCI hat man dieses Feature aber implementiert. Das heißt, wir haben jetzt ein Stretch Cluster. Und ich muss gestehen, ich habe lange, die letzten drei, vier Tage lange damit rumgespielt, um euch das zeigen zu können. Ich habe mir dann auch das WS Lab vom Jaromir runtergeladen. Wer das nicht kennt, WS Lab mal eintippen. Super Umgebung. Da kann man in einem Hypervisor sehr schön die Szenarien nachspielen. Selbst wenn ihr ein Notebook habt mit Windows 10 Pro oder Enterprise Edition, könnt ihr unten ein bisschen RAM. Und der NVMe könnt ihr da wirklich komplette Szenarien nachspielen. Und der hat auch das Azure Stack HCI als Stretch Cluster Szenario. Aber leider habe ich da ein paar Fehler dran. Ich bin gerade mit Jaromir dran, das alles zu checken. Und war dann froh, heute Morgen, als ich dann nochmal versucht habe, das mit dem neuen Admin Center zu machen, dass es damit dann funktionierte. Und wir haben also hier ein Stretch Cluster. Wir brauchen mindestens vier Knoten für ein Stretch Cluster. Also nicht zwei Knoten gehen damit, sondern mindestens vier. Man kann es sich so vorstellen, als wenn wir hier ein S2D Storage hätten, also ein S2D Cluster mit mindestens mal einem Zwei-Wege-Spiegel oder Nested Resiliency und hier auch. Deswegen mit zwei Knoten geht es nicht, sondern vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn, sechzehn geht. Und dann werden die Volumes, die hier sind, also hier haben wir einen Storage Pool, hier haben wir einen zweiten Storage Pool. Und dann werden alle Volumes hier kreiert, nur mit den Devices von dieser Seite. Da laufen dann die VMs drin und dieses Volume, diese Partition, wird hier rüber repliziert. Und wenn dann was mit dieser Seite passiert, was wir gleich mal versuchen werden, werden vom Cluster die VMs hier gestartet. So, und dazu gehen wir wieder in die Demo. Es käme noch das Demo-Fenster dazu, das habe ich euch jetzt vorenthalten. Das heißt, wir sind jetzt hier, der Cluster braucht irgendwie noch, ach, ich muss noch die Device-Authentifizierung machen, das habe ich natürlich vergessen. Ihr seht hier, ich muss ins Portal gehen, machen wir hier, muss mich hier bei Azure anmelden, über ein sogenanntes Device-Login. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier haben wir jetzt den Device-Code, sind also jetzt immer noch in der Registrierung. Ich bin ja schon angemeldet, er weiß das und jetzt wird der Cluster registriert. Dann geht es gleich hier weiter. So, während das weiterhin funktioniert, da können wir gleich nochmal gucken. Während das weiterhin funktioniert. Okay, das machen wir mal klein. Welche Maschine bin ich hier? Ich bin hier direkt auf dem Host. Wir haben hier, ich gehe mal in die Windows 10 Maschine. Genau, das hier ist die Windows 10 Maschine. Genau, wir haben jetzt hier in der Windows 10 Maschine, habe ich Hyper-V-Manager, Failover-Cluster-Manager installiert. Ich habe mich hier mit dem Cluster verbunden. Ich habe auf einem der Maschinen, habe ich hier einen Benchmark vor einem Laufen und ich versuche jetzt mal, während der Cluster noch nicht registriert ist, mal einfach reinzuziehen in den Failover-Cluster-Manager. Ja, über Configure-Role, Next, wir gehen hier auf virtuelle Maschine, ich sage Next, ich wähle die aus, ich sage Next. Ich mache das ein bisschen schneller, weil wenn der registriert ist, kann ich das tun, wenn der nicht registriert ist, kann ich das nicht tun. Schauen wir mal, ob er es zulässt. Nein, ihr seht also, Operation failed. Der Grund ist hier nicht wirklich klar. Das liegt daran, weil der Azure Stack HCI Cluster nicht registriert ist. Ab der neuen Version, die ihr runterladet, also das Image von Dezember, das finale Image von Azure Stack HCI, könnt ihr nicht mehr in dem Cluster Ressourcen betreiben, wenn Azure Stack HCI nicht in Azure registriert ist. Und das war eine relative Überraschung, auch für mich, weil bisher ging das immer, man musste den nicht registrieren, aber jetzt ist das der Fall, ihr müsst ihn registrieren und sonst könnt ihr hier nichts mit den VMs machen. Das heißt, wenn der gleich hier registriert ist, kann ich diese Benchmark-VM einziehen und dann können wir gucken, was wir machen. Jetzt gucken wir uns aber parallel nochmal den S2D Cluster an. Wir gehen hier nochmal zurück. Ihr seht hier, ich habe hier jetzt vier Knoten, die aufgeteilt sind auf zwei Domänen. Wir gehen jetzt erstmal in die Drives. Wir sehen hier bei den Drives natürlich unsere 60 Drives, wovon jeweils 30 in den zwei Knoten auf der einen Seite sind, 30 in den zwei Knoten auf der anderen. Und ihr seht hier bei Kapazität, wir haben zwei Pools. Wir haben einen Pool-For-Site HLBDC1 und einen Pool-For-Site HLBDC2. Und wir sehen hier unseren verfügbaren Platz in den Devices in diesem Pool. Das heißt, sie sind gleich groß, weil wir gleich große Devices haben. Wenn ich hier auf Inventory gehe, müssten wir auch bei den Devices sehen, in welchem Server die natürlich sind. Hier sehen wir die. Und vielleicht gibt es noch die Möglichkeit, hier bei einem Picker noch eventuell was zu ergänzen. Nein, leider nicht. Wir nehmen nochmal die IOPS dazu. Aber hier sehen wir natürlich, in welchem Server die sind. Wir sehen hier allerdings jetzt nicht, in welchem Pool die sind. Okay. Wenn wir jetzt auf Volumes gehen, hier, und unter Inventories sehen wir, wir haben jetzt bereits vier Volumes. Ich ziehe das mal ein bisschen größer. Die Cluster Performance History, die Datenbank, wo der Storage Space Direct und auch Azure Stack HCI permanent seine Daten abspeichert, wie das System performt und so weiter. Die ist hoch verfügbar und wird über beide Seiten gespiegelt, sozusagen. Einen synchronen Spiegel. Und ich habe hier ein Volume, das Collect Volume, angelegt, was auch gespiegelt wird. Wir können jetzt hier auch in die Replica gehen und sehen dort. Jetzt gleich die Partnership. Das heißt, wir haben hier zwei Volumes, die kontinuierlich repliziert werden. Hier ist Collect Replica, ist die Replikationsgruppe und Cluster Performance. Das ist jeweils ein synchroner Spiegel, kein asynchroner und der läuft momentan. Die beiden Knoten, einer ist auf Knoten 1, einer ist auf Knoten 4. Wir können jetzt hier natürlich auch ein neues Volume kreieren. Das gefällt mir im Windows Admin Center eigentlich gut, wenn ich jetzt auf Create gehe. So wie ihr das auch kennt, kann ich jetzt sagen, ob ich ein Single Volume kreieren will, was dann nicht repliziert wird. Oder ein Volume, was repliziert wird. Und jetzt muss ich sagen, von wo nach wo. Jetzt sagen wir mal von Hallenberg DC1 nach Hallenberg DC2. Ich kann mich entscheiden, ob asynchron oder synchron. Wir wollen natürlich synchron. Wir können weitere Dinge angeben. Wie heißt das Volume? Wo ist denn mein Name? Den gebe ich gleich noch ein. Wie heißt die Gruppe dann? Wie groß ist das Log Volume? Was ja hier automatisch mit 40 vorgibt. Gibt es schon auf der anderen Seite dieses Volume? Also ist die Replikation vielleicht kaputt gegangen und wir wollen jetzt nur die Differenzen vergleichen. Sollen wir den Traffic rüber encrypten? Dann können wir kein RD-Marmel machen, aber okay. Und hier unten ist jetzt der Name. Wir schalten das mal wieder ein. Wir lassen es bei den Default-Einstellungen. Und ich nenne das jetzt nicht Volume 1, sondern S2B1, Node 1, um das Ganze vor allem flitkonform zu machen. Wir machen einen Zwei-Wege-Spiegel. HDD. Wie groß soll das Ding sein? 100 Gigabyte. Weil wir haben ja natürlich klein, klein. Ich gehe auf Gigabyte und gehe auf Create. Mal gucken, ob das funktioniert. Hier sind wir jetzt mit der Registrierung fertig. Und ich kann jetzt nochmal die Abfrage machen, ob er registriert ist. Und ihr seht hier, ja, ist registriert. Wurde am 18.01.11.44 registriert. Hier ist die URL. Und wenn ich jetzt im, das heißt, jetzt meldet der natürlich auch nach Azure. Ich gehe nochmal nach Azure. Ich gehe nochmal in die Ressource-Gruppe, wo wir den registriert haben. Hier sollte er jetzt eigentlich auftauchen. Ressource-Gruppen. Nehmen wir mal nochmal meine. Aha. Anscheinend. Ach so, ich habe die in den Free-Trial angelegt. Okay, die Ressource-Gruppe gibt es jetzt zweimal. Da ist der Cluster. Da sind wir drin. Auch hier haben wir wieder drei Cores. Und jetzt können wir natürlich gucken. Drei Cores. Wieso haben wir hier drei Cores? Wenn ich hier auf den Knoten gehe, sage Settings. Hat er vier Cores oder hat er mehr? Ich glaube, er hat vier Cores. Schauen wir mal. Possessors. Also entweder ist das ein Fehler, weil drei hat er garantiert nicht. Ich brauche jetzt nur hier eine ganze Weile für das Loading. Warum auch immer. Sechs Cores haben wir. Das heißt, irgendwie zählt er jetzt nur jeden zweiten virtuellen Core in Azure. Was ja zumindest mal, Olaf, für dich nicht schlecht ist. Dann müssen wir ein bisschen weniger bezahlen. Wenn das jetzt nicht ein Fehler ist. Das muss man natürlich sehen. Okay. So. Hier sehen wir jetzt die Informationen. Wir sind registriert. Wir haben es hier auch gesehen. Und jetzt kann ich natürlich nochmal versuchen, meine VM zu importieren. Das war im Fehl-Over-Cluster-Manager. Ich gehe also nochmal auf Configure-Role. Und der Cluster ist nicht richtig eingerechnet. Hat übrigens kein Witness oder so. Ich gehe also wieder auf Virtuelle Maschine. Gehe auf Next. Da sehen wir wieder meine Small Benchmark. Next. Next. Jetzt schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Kleinen Schluck trinken. So. Und als nächstes gucken wir uns dann Kubernetes, das AKS an in Azure Stack HCI. So. Das sieht doch, glaube ich, ganz gut aus. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ja. Er scheint das inkludieren zu wollen. Da sind wir jetzt und haben die VM dann jetzt in unserem Cluster. Läuft sie. Läuft auf Knoten 1. Liegt in Collect. Collect ist eigentlich auf der anderen Seite präsentiert. Das ist jetzt nicht so ganz so optimal. Ich versuche die jetzt mal zu verschieben. Das habe ich alles noch nicht probiert. Also ich habe natürlich schon Maschinen in diesen virtuellen Umgebungen verschoben, aber noch nicht in einem Stretch Cluster. Okay. Da die Zeit aber schon ziemlich fortgeschritten ist, möchte ich euch noch was zeigen, was mich ungefähr zwei oder drei Tage Vorbereitung gekostet hat. Und zwar die Azure Kubernetes Services für Azure Stack HCI. sind angekündigt worden zu Ignite. Die war ja Ende September. Wir hatten dann ein Webinar mit Ben Armstrong, der offensichtlich der Principal Program Manager ist, der verantwortlich ist für Azure Kubernetes Services on-premise, also auf Azure Stack HCI. Und jetzt kam mit einem Blogpost im Dezember raus, dass es eine neue Version gibt. Und jetzt haltet euch fest, die läuft nicht nur auf Azure Stack HCI, sondern die soll auch auf jedem Hypervisor Cluster, also auf jedem Hyper-V Cluster, der CSVs hat, laufen. Oder wird zumindest geplant. Und das ist auch zum Beispiel Storage Spaces Direct. Das heißt, wir können AKS dann auch auf Storage Spaces Direct installieren, nicht auf Azure Stack HCI. Und das ist natürlich ein Hammer. Das werde ich auch als nächstes versuchen. Jetzt aber erst mal auf Azure Stack HCI. Und natürlich auch auf einem Hyper-V Cluster mit eventuell SAN Storage, weil auch da haben wir CSVs. Das heißt, Microsoft sagt, okay, unsere Azure Kubernetes Services werden wir on-premise bereitstellen für Storage Spaces, also für Hyper-V Cluster mit CSVs. Das finde ich super cool. Da kommen viele Sachen. Und man muss einfach wissen, in Azure werden viele Services in Containern entwickelt. Und AKS ist ja Azure Kubernetes Services. Kubernetes ist eine Container Management Cluster Plattform, die jetzt in Azure schon um einige Zeit zur Verfügung steht. Da bekommt man in Azure einen kostenlosen Kubernetes Cluster. Und man muss nur für die Worker Nodes, also da, wo eure Container ausgeführt werden, bezahlen, nicht für die Management Nodes. Die werden kostenlos bereitgestellt, was ein Riesenvorteil ist. Das heißt, wenn ihr sonst Kubernetes installiert, braucht ihr natürlich einige VMs für die Management-Infrastruktur von Kubernetes. Die gibt es in Azure kostenlos und wird auch von Microsoft gepflegt. Also werden neue Images bereitgestellt und, und, und. Microsoft sorgt dafür, dass die Leute, das ist ein Service. Und diesen Service kriegen wir jetzt auch on-premises. Und Cosmos Darwin hat in seinem Webinar, oder in seinem Vortrag, den er letzte Woche auf der Experts Live Austria gehalten hat, gesagt, dass die Services, die da kommen, kostenlos sind. So wie in Azure. Das ist Azure und er hat nicht explizit Kubernetes angesprochen, aber momentan sieht es so aus, als wenn wir hoffentlich auch die Azure Kubernetes Services kostenlos bekommen. Und da in Azure viele Sachen für Container entwickelt werden, neue Services in Azure in Containern, können wir dann natürlich auch relativ einfach diese Azure Services runterbekommen auf on-premises. Also ich bin da extrem begeistert von und deswegen beschäftige ich mich gerade extrem viel mit Kubernetes. Hat mich schon immer interessiert. Also Stretch Cluster haben wir uns schon angeguckt. Achso, es geht jetzt um AKS. Hier habe ich dummerweise das nicht verbessert. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Hier ist übrigens unser Stretch Cluster. Wir haben also unsere VM, läuft jetzt hier auf 4. Und jetzt wäre natürlich mal ein interessantes Szenario, wenn ich einfach mal zwei Knoten ausschalte. Das können wir aber noch im Nachgang machen. Ich möchte euch erst AKS zeigen und vielleicht die anderen müssen dann ja wiederum vielleicht schon arbeiten und können sich dann die Aufzeichnung noch angucken, weil ich schaffe es natürlich nicht in der Stunde. So, wo habe ich das AKS installiert? Das ist, glaube ich, auf Note 3. Ups, 3. 3, 3, 3, das sieht gut aus. So, 3, den können wir mal klein machen. Wir machen uns mal, das ist jetzt WS Lab, das ist der Domain-Controller. Ja, ein Shoutout zu Jaromir, zum WS Lab. Es gibt da ein sehr schönes Szenario. Jetzt rufen wir uns mal den Edgey drin auf. Und zwar, wenn ihr das selber nachspielen wollt, WS Lab, das gibt es bei GitHub. Das heißt, ihr sucht einfach mal nach GitHub, WS Lab. Und Jaromir hat hier wunderbare Szenarien bereitgestellt. Wenn wir hier mal in den Szenario-Teil gehen, super viele coole Sachen, die ihr relativ einfach auf einem Single-Hyper-V-Server oder einer Workstation oder sogar einem Notebook bereitstellen könnt. Und hier gibt es das Stretch-Cluster-Szenario, das hakelt. Hier ist das Kubernetes-Szenario. Und das hakelt auch etwas. Deswegen bin ich mit Jaromir zusammen. Ich habe das getestet. Und Jaromir ist super fix mit Fixen für sowas. Das heißt, ihr seht hier, 18 Stunden Go hat er hier zuletzt was gemacht. Das haben wir zusammen rausgefunden. Das heißt, ihr geht in den Dev-Bereich. Und hier gibt es das Szenario PS1. Und da ist alles beschrieben, wie man im Prinzip AKS installiert, auch mit dem Azure Stack HCI-Cluster. Das ist mit dabei. Das heißt, ich habe hier dieses Szenario durchgeführt. Und Schritt für Schritt habe einige Dinge mit Jaromir gefunden. Aber wir gucken uns jetzt das Ergebnis an. Das heißt, als erstes schauen wir mal, hey, warum lässt du dich denn nicht verschieben? Ist doch nicht gepinnt. Okay. Er lässt sich nicht verschieben. Vielleicht habe ich es ganz kaputt gemacht. Hier ist die VM. Als erstes gucken wir mal in die virtuellen Maschinen rein. So, hier sehen wir zwei Azure Stack HCI Hosts, jeweils mit viel RAM. Also ihr braucht mindestens 64 GB RAM, weil die Systeme müssen 25 GB ungefähr haben, 24, 25, damit das AKS darin läuft. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen gearscht, also 128 zusammen vergeben. Aber es reichen wohl 24 bis 25 GB. Das heißt, für zwei Knoten plus ein paar VMs 50 GB sollten reichen. Das heißt, ich bin hier im Domänen-Controller, hier. Und hier kann ich mir natürlich auch einen Hyper-V-Manager aufmachen. Hoffe ich. Da ist er. Ich kann euch erst mal zeigen, was da installiert ist, bevor ich euch dann Kubernetes zeige. Das heißt, wir gehen mal hier nach HZS-ACI1. Wir verbinden uns mal mit einem Knoten. Und noch mit dem anderen Knoten. HZS-ACI2. So, hier läuft jetzt das Kubernetes. Verteilt. Ihr seht hier, wir haben jetzt hier einen Load-Balancer, eine Cluster-Gruppe, zwei weitere MD, das sind glaube ich Worker. Und das haben wir hier, das Control-Panel und auch nochmal Cluster-Management und noch einen Worker. Das heißt, ich habe drei Worker-Nodes deployed. Man kann auch mit einem anfangen, das sind Linux-Worker-Nodes. Und hier ist das gesamte Azure Stack, die Azure Kubernetes-Services installiert. Okay. Das heißt, jetzt schauen wir mal hier in der PowerShell. Wenn ihr das, wie gesagt, wir haben nur noch zwei Minuten für die Leute. Ich habe hier das kubectl auch installiert, hier in dem DC. kubectl ist quasi zum Steuern von Kubernetes. Und wir können uns mal anzeigen lassen, kubectl get all. Wir können uns mal, get heißt das auch, nicht gut. Ich mache das mal ein bisschen größer, weil so kann ja kein Mensch was sehen. Das heißt, wir gehen mal hier in den Vollbild-Modus. Wir machen mal die PowerShell größer. Von 20, machen wir mal 28. Da muss ich es ein bisschen zusammenschieben. Warum machst du das nicht? kubectl ist im Prinzip das Command-Line-Tool, um Kubernetes zu managen. Es gibt auch andere Möglichkeiten mit Nagui und so weiter, aber das ist das leistungsstarkste. Und wenn wir jetzt mal kubectl get all, dann sehen wir hier in dieser, in diesem Default-Namespace, es gibt noch andere, sehen wir, da ist nichts installiert. Und jetzt habe ich mir den Spaß gemacht, weil mich ja Kubernetes interessiert, habe hier mal zwei Spiele zusammengetragen. Das eine ist das 2048. Hier gibt es dann diese YAML-Files. So wird für Kubernetes versteht quasi das YAML. Und hier gibt es dann Notepad wäre das auch und nicht Node. Gibt es dann die Beschreibung von diesem Service, ja, den wir jetzt mal deployen. Also wir haben hier ein Service mit einem Load Balancer und wir haben unser eigentliches Deployment. So, wenn ich das jetzt mal hier reinziehe, kubectl apply minus F und dann 20, dann wird mir in Kubernetes, wird mir dieser Service und dieses Deployment installiert. Und wenn ich jetzt nochmal get all zeige, seht ihr, dass wir jetzt hier drei F5 Pods haben, wo die hier gerade einer läuft schon, zwei, vier werden noch kreiert. Wir haben einen Service mit einem Load Balancer, das heißt, ich habe eine externe IP-Adresse und kann über diese IP-Adresse kann ich jetzt diesen Service ansprechen. Jetzt gucken wir nochmal, ob der fertig ist. Ja, jetzt ist alles fertig und ich werde jetzt nochmal Folgendes machen. Ich werde auch noch den anderen Service reinziehen, weil der braucht ein bisschen länger. Das can. Das schreibt sich anders. Lockheed heißt das und der eine oder andere kennt das vielleicht. Das wird jetzt hier auch gerade eingezogen und hat auch dann einen Load Balancer, aber kriegt hier keine IP-Adresse in diesem Sinne. Das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal das hier an, was da läuft und gehen mal einfach hier in den Browser. Wir haben jetzt hier keinen Ingress-Controller installiert und so weiter. Das heißt, das läuft hier rein lokal und wenn ihr ja jetzt seht, ich habe jetzt hier dieses Java-Spiel, dieses 2048 installiert und wir können jetzt hier mit diesen Containern damit spielen. Ich kann auch sagen New Game. Das läuft jetzt in so einem Container und wer dieses Spiel kennt, hier muss man halt dafür sorgen, dass diese Steine verschwinden und man kriegt immer Punkte dafür. Jetzt kann ich die achten zusammenfassen und so weiter. Jetzt müsst ihr mir nicht spielen zugucken hier, aber ihr seht, es funktioniert. Das läuft in einem Container in den AKS-Services hier und jetzt werde ich das mal deinstallieren, damit wir hier für das Keyen diese externe IP verwenden können, weil er kann hier den Loadbalancer jetzt nicht draufsetzen. Das heißt, anstatt Apply 20 löschen wir das. man sollte auch man sollte auch Lied richtig schreiben. Die Lied sehen wir hier jetzt gerade dieses G2048 terminated und der Keyen läuft mit einem Service, der kriegt dann hoffentlich gleich die IP-Adresse. Das dauert einen Moment und wenn er die hat, können wir natürlich da reingucken. Ich gehe jetzt schon mal für alle, die jetzt im Prinzip sich nur die Stunde genommen haben, weil ihr werdet gerade schon ein bisschen weniger, eben durch den Rest der Folien, weil ich habe noch eine Ankündigung und zwar das nächste Webinar plane ich für Freitag, den 12. dass wir uns Azure Kubernetes Services auf Azure Stack HCI und vielleicht sogar Storage Spaces direkt angucken, Freitag, der 12. Februar, um 15 Uhr, eventuell auch um 14 Uhr, momentan plane ich mit Manfred Helber um 14 Uhr eine On-Prem-Show, sodass dann danach direkt das Webinar von mir sein würde. Schauen wir mal. Ja, die Folie hatten wir schon. Dann die On-Prem-Show, die nächste On-Prem-Show mit Manfred und mir, das heißt, wir machen eine Show, ein Online, auch natürlich kostenlos, wo Manfred und ich uns unterhalten, auch mit den Teilnehmern über Teams, wo wir uns immer ein Thema vornehmen. Es geht immer um On-Premise-Technologie, das heißt nicht Cloud, 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 sondern wirklich um On-Premise. Die nächste ist Freitag um 14 Uhr. Wer die noch nicht kennt, ich schicke dann, Jan, hat es falsch geschrieben, okay, ich schicke dann noch ein Newsletter rum, wo ihr eine Einladung habt mit dem Link und so weiter. Dann, wir haben ja immer noch diese Pandemie, der nächste Storage Spaces Direct Power-Kurs findet statt im Februar in KW 6 vom 8. 2. bis zum 12. 2. Und ich habe auch hier wieder ein Webinar-Special, wer dabei ist, der bekommt 500 Euro Rabatt, bitte. Wenn ihr Storage Spaces Direct, unser Implementierungswissen für Storage Spaces Direct, wir machen natürlich auch ein bisschen Azure Stack HCI, von weit über 300 Projekten, wir haben irgendwann aufgehört zu zählen, wissen wollt, ich mache den Kurs jetzt fast vier Jahre, dann könnt ihr daran teilnehmen, hier in Hallenberg, unter natürlich speziellen Corona-Auflagen und auch über Teams. Das heißt, der Kurs wird sowohl hier und bei uns durchgeführt mit Teilnehmern, wie auch über Teams. Wen das interessiert, schickt mir einfach eine Mail an c.rachfall.de. Und dann habe ich mich durchgerungen, wieder mal einen neuen Kurs zu machen und jetzt natürlich zu dem Thema Azure Stack HCI, weil hier laufen doch so viele Sachen auseinander und ein anderer Schwerpunkt wie Storage Spaces Direct, hier geht es mehr natürlich auch dann um die Integration in Azure, weil Azure Stack HCI wird nur auf zertifizierten Systemen supported, ihr könnt euch nicht mehr selber was zusammenbauen und damit das einsetzen, weil das ist natürlich auch ein großer Teil des S2D-Kurses, worauf muss man achten, hier muss man fertige Systeme nehmen und deswegen habe ich gesagt, okay, wir machen jetzt einen Azure Stack HCI Kurs, der ist Ende März der erste, wo wir wirklich fünf Tage lang Azure Stack HCI auch mit Kubernetes, auch mit Stretch Cluster, mit Admin Center und, und, und mit Azure natürlich was machen und da das ein komplett neuer Kurs ist, gibt es hier ein Einführungsspecial für den ersten Kurs von 1799, also 700 Euro Rabatt auf den Kurs, wen das interessiert, schickt auch mir da eine Mail, entweder an powerkurs.rachfall.de oder an c.rachfall.de Dann gibt es noch mehr Informationen, wir haben ja die Azure Stack HCI Days gehabt mit neun Vorträgen von Produktmanagern aus Redmond, wirklich zum Thema Azure Stack HCI exklusiv, da gibt es die Aufzeichnung, einfach mal auf HTTP Azure Stack HCI Day gehen und da draufklicken, da kommt ihr direkt auf das YouTube-Video, da ist die gesamte Session aufgezeichnet, waren super Erfolg, total interessante Themen und ich werde das wiederholen in diesem Jahr, hoffentlich auch wieder mit so vielen Teilnehmern. So, und jetzt kommen wir zu den Q&As, ich hoffe, ihr habt welche und ich gehe nochmal zurück zu meinen Kubernetes, sag nochmal get all, ob er jetzt mittlerweile, ja, der Keen sitzt jetzt auf dieser Adresse, das heißt, wenn ich die jetzt hier nochmal aufrufe, bekommen wir hier ein Listing, weil wir müssen hier den VNC-HTML, das habe ich noch nicht umgebogen, müssen wir aufrufen, der ist Passwort geschützt, machen wir mal hier mit Passwort, verbinden wir uns jetzt hier mit diesem Keen und da ist eine DOS-Emulation drin und jetzt können wir hier in diesem Keen können wir den Installer aufrufen, der installiert uns jetzt diese Skin mal eben schnell, das ist also ein Spiel, ein DOS-Spiel, was wir jetzt hier in einem Container laufen haben und jetzt suchen wir das mal auf, ihr seht hier, VGA-Karte detected, also das ist hier, ja, im Prinzip läuft hier ein Linux-Container mit einem X-Windows drin, mit einem VNC und einer DOS-Emulation und wir können jetzt hier im Prinzip DOS-Spiele quasi spielen, also ich kann hier rumgehen, ich bin jetzt absolut kein Spieler, die, die mich kennen, aber ich finde das zumindest mal faszinierend, dass man hier sowas machen kann, ja, ich seht ihr, also ich bin absolut hilflos, was Spiele betrifft, hier muss man diese Ballons nicht einkassieren, seht ihr, also da habt ihr mich auch mal spielen sehen, also absolut verzweifelt. Okay, das ist das und jetzt kommen wir zu den Fragen, die ihr vielleicht hoffentlich habt, es sind immer noch 111 Teilnehmer live da, also wenn ihr Fragen habt, total gerne, was haben wir denn hier noch, wenn ich einen Azure Stack HCI Cluster nur ein paar Tage, Stunden in einem Monat registriert habe, zahle ich dann für einen ganzen Monat oder nur für die verberatenden Stunden? Gerhard, sehr gute Frage, ich hoffe und glaube nur für die Stunden, aber ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, ob wirklich nur hier permanent die Laufzeit gemeldet wird, weil normalerweise ein On-Premise-Server fährt man ja nicht runter, um Geld zu sparen, das müsste man wirklich austesten. Gute Frage, ich kann mal einen Cluster registriert lassen, ich habe ja diverse Subscriptions, wie ihr gesehen habt und mal gucken, was da passiert. Dann haben wir eine Frage von Marco, würde dieses Szenario auch mit S2D in Server 2019 gehen, also zwei S2D Cluster und über Storage Replica synchronisieren? Marco spielt an auf das Stretch Cluster Szenario, wir gehen nochmal zurück, weil da gibt es dann eventuell ein Missverständnis, was wir natürlich klären müssen. So, das Szenario. Das hier sind, so gesehen, ist das ein großer Cluster mit vier Knoten, wovon zwei Knoten hier sind, mit einem eigenen Pool, wo hier dann die Volumes kreiert werden und hier ist ein, hier sind die anderen beiden Knoten auch mit einem eigenen Pool, wo zwei Volumes konstruiert werden. Also dieses Thema geht in Storage Spaces direkt nicht. Ich kann aber sehr wohl zwei unabhängige S2D Cluster installieren und dann sagen, hier hast du ein Volume, repliziere mir das von hier nach hier und dann liegt das hier zur Verfügung, ist aber offline. So, ich kann dann dieses Volume hier online bringen, wenn hier das Desaster zuschlägt, nur das Problem ist, da das ja nicht ein Cluster ist, weiß dieser zweite Cluster bei Storage Spaces direkt, nicht bei Azure Stack HCI, weiß nichts von den VMs, die hier laufen. Die Daten sind zwar hier auch synchron gespiegelt, aber ich muss jetzt hingehen und diese VMs importieren, damit ich die hier starten kann. Bei einem Stretch Cluster, wie wir den hier sehen, bei Azure Stack HCI, ist das ein Cluster, jeder Knoten hat eine Kopie der Cluster-Datenbank und weiß, was hier läuft. Wenn diese Seite offline geht, werden diese Volumes hier automatisch online gebracht und dann kann er auch die VM starten. Das ist der Unterschied. Wir haben hier einen richtigen Stretch Cluster. Wir können natürlich auch die Storage Replika in Windows Server 2019 Data Center auch einsetzen, um zwischen unabhängigen Storage Spaces direkt Clustern zu replizieren. Ja, und ich habe ja gesagt, ich könnte euch noch zeigen, was passiert. Also das ist jetzt hier dann auch noch nicht getestet, aber wenn ihr noch weitere Fragen habt, tippt mal bitte rein. Ich werde jetzt hier einfach mal den S2D Cluster, mal einfach zwei Knoten, das ist ja hier der Stretch Cluster, werde hier einfach mal zwei Knoten ausschalten. Dazu gehen wir in den Failover Cluster Manager. Wir sehen hier, die läuft jetzt auf dem Vierer. Hier sehen wir die Knoten. Ich habe dummerweise kein Witness konfiguriert, also schiebe ich mir den IVM wieder rüber. Ich will hier eine ganze Seite ausfallen lassen und da muss ich natürlich die Seite ausfallen lassen, wo eine Stimme weniger ist. Also schieben wir es zurück auf den Einser. Das ist, wenn man es nicht hundertprozentig zeitlich präparieren konnte. So, wir schieben es auf den Einser. Da läuft jetzt diese Benchmark-VM, die hier drin ist. Die wird repliziert. Gehen wir weg. Hier ist sie drin. Die erzeugt jetzt kein I.O. Die läuft einfach nur. Und jetzt schalten wir mal einfach zwei Knoten aus. Und zwar den Einser und den Zweier. Einfach mal hier hin und sagen Turnoff. Das heißt, unser Datacenter hat jetzt Stromausfall. So, jetzt ist die Frage, Failover Cluster Manager, wie sieht es hier mit unserem Storage aus? Hier sehen wir die Discs, einen Haufen Discs. Hier müsste er das eigentlich jetzt gleich mitbekommen und müsste dann auch was mit den Volumes machen. Und dann auch im Endeffekt, wenn die Volumes dann entsprechend geschwenkt sind, weil wir haben hier immer noch die Volumes auf Knoten 1. Die VM liegt hier in dem Collect. Jetzt passiert was. Das Collect ist jetzt schon auf Knoten 4. Wird da online gebracht mit dem Log. Also er switcht gerade, bringt also die Volumes online auf in dem zweiten Teil des Clusters auf Knoten 3, 4. Was ist mit meiner Rolle? Die ist unmonitort. Auch da müsste gleich was passieren. Dummerweise haben wir jetzt auch noch die vier Minuten, die der Cluster uns da in die Quere spuckt. Dazu hätte ich das natürlich auch runterstellen müssen, aber zumindest mal sind die Volumes schon mal gedreht. Und ich denke, er wird dann auch nach einer gewissen Zeit wird er auch die VM online bringen. Das dauert leider mit den Standard-Einstellungen, die ich hier nicht verstellt habe. Die Cluster Resilience hier sozusagen. Dauert das vier Minuten, bevor er die VM anpackt. Und die haben wir natürlich in dem Live-Webinar eher weniger. Weitere Fragen? Wenn ihr noch Fragen habt, bitte hier rein. Sonst, wie gesagt, bei Azure AKS auf Azure Stack HCI und Storage Spaces Direct gibt es den Webinar nächsten Monat. Wie gesagt, ich beschäftige mich gerade intensiv mit Kubernetes. Da gucken wir uns natürlich dann auch an, wie das Ganze in Azure registriert wird mit dem Azure Arc und mit dem Monitoring und so weiter. Und wir zeigen ein bisschen mehr sicherlich zu Kubernetes. Okay, wenn keine Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich bei euch für die Teilnahme. Wünsche euch eine schöne Woche und wir sehen uns dann hoffentlich demnächst hier in Wien. Tschüss! Wünsche euch! Wünsche euch!